Und damit mal wieder Hallo und Herzlich Willkommen im Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Der Bautisch ist überfüllt und das heißt, wir haben mal wieder ein größeres Set dabei. Und das ist ein Set, was ich mit euch sogar zusammen in einem kleinen Unboxing ausgepackt hatte von einem Bestellvideo. Und zwar von Sluban, die Schlacht um Kursk. Und damit die Setnummer M38B0697, 998 Teile insgesamt. Und es wird eben die Schlacht um Kursk dargestellt. Wobei es sich eben, vereinfacht gesagt, um eine Schlacht zwischen dem damaligen Dritten Reich, sogenannten Dritten Reich, gegen die Sowjetunion handelt. In so einem Schlachtset haben wir mehrere Bestandteile. Und zwar ein kleines Motorrad, ein Flakgeschütz, einen Mörser, einen kleinen Bunker, ein Kampfflugzeug, einen Panzer, einen Geschütztruck und noch ein weiteres Geschütz. Damit lässt sich auf jeden Fall schon mal eine Schlacht darstellen. Wenn wir uns die Anleitung weiter anschauen, sehen wir, wir haben Bauabschnitte und auch diese Bauabschnitte in Tüten unterteilt. Und zwar haben wir insgesamt 15 verschiedene Tüten an der Zahl. Dann sind hier noch die Figuren aufgelistet und ein bisschen Zugehör, was dabei ist. Ebenfalls finden wir hier zwei Stickerbögen. Es ist jeweils zweimal dasselbe Stickerbogen und erhält sich auch in Grenzen. Also das ist wirklich in Ordnung. Und wir haben 58 Seiten und 98 Bauschritte bei dem Set. Die Anleitung ist klammergebunden, aus einem hochwertigen Papier gemacht, für 1000 Teile, klein und handlich. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Und damit klappe die zweite und ich zeige euch nochmal das Luban M38B0697 Set. Das Battle von Kursk. Weil ja leider die erste Aufnahme kaputt gegangen ist. Auf unerklärliche Weise. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber egal. Dafür weiß ich mehr über Klemmersteine. Und darüber reden wir doch jetzt einfach mal. Auf jeden Fall haben wir in der ersten Tüte dieses gesamte Kleinzeug hier gebaut. Also wir haben ein paar Sandsäcke, die man sich so wie man möchte zusammenstecken kann. Wir haben diese schönen Kisten. Dann haben wir zwei solche Panzerfäuste dabei. Wir haben diesen Kollegen als Schlüsselanhänger. Da er nur den Kopf am Schlüsselring, keine gesamte Figur. Wäre irgendwie cool gewesen, wenn da noch eine gesamte Figur dazu gewesen wäre. Auch wenn das kompatibel ist und man sich da eine andere Figur anstecken kann. Dann haben wir noch diese drei Benzinkanister sowie ein Fass. Dann diese zwei Panzersperren und nochmal diese Barrikade. Ebenfalls haben wir einen Mörser dabei. Der kann auch schießen. Wenn ihr genau hinseht, seht ihr da drin eine Feder. Ich habe nur leider in den Tests vor dem ersten Video und in der ersten Aufnahme alle Mörsergranaten verschossen. Und leider auch so verschossen, dass ich sie nicht mehr gefunden habe. Insgesamt waren fünf dabei. Also glaubt mir bitte einfach, dass das Ding schießt. Das ist nicht sonderlich weit, aber für ein Spielset auf jeden Fall in Ordnung. Und zu guter Letzt bauen wir mit Tüte 1 noch diese Palme als Deko. Mit der Tüte 2 bauen wir dieses deutsche Flak 40 Geschütz. Zumindest den Anfang. Und mit dem Anfang der Tüte 3 dann den Rest von diesem Geschütz. Ich finde das Flak 40 wirklich sehr gut gelungen. Es hat schöne Details. Und obwohl es ja jetzt auch nicht aus so vielen Teilen ist, hat es wirklich schöne filigrane Elemente dran. Und kommt da mit einem echten Flak 40 Geschütz relativ nahe. Großes Problem an diesem Geschütz ist leider, dass die Beine dieses Geschützes nur mit einer C-Klemm mit dem Rest des Geschützes verbunden sind. Und damit nicht wirklich halten. Also die wabbeln hier so rum. Und wenn man es wirklich auf den Boden stellt, dann steht es eben nicht auf den Beinen. Sondern es sackt wirklich komplett ein. Und die Beine sind nur Deko. Das macht es auch sehr schwierig, das Geschütz zu drehen, was eigentlich geht. Da man es nicht an den Beinen anfassen kann zum Drehen, dann dreht man eher das Bein ab. Man muss es hier anfassen zum Drehen. Und man kann es auch, ihr seht es schon, das Bein fällt ab. Aber nun, darauf wollte ich gerade nicht mal hinaus. Und man kann es auch nach oben und unten einstellen, um eben Boden- oder Luftziele anzugreifen. Man muss da aber bei jeder Bewegung doch aufpassen, dass man eben nicht das Geschütz wieder auseinander rupft. Ebenfalls bauen wir mit der Tüte 3 dann auch den Anfang eines Geschütztracks. Negatives Teil der Tüte 3 sind auf jeden Fall die Türen, die noch in der Angussform sind. Und ihr wisst, dass ich das überhaupt nicht mag. Und nach der Tüte 4 ist der Geschütztrack auch schon fertig. Leider fällt auch hier teilequalitätsmäßig auf, dass die Teile relativ abgegriffen wirken. Und wir haben dadurch sehr hochglänzende Teile und eben diese eher matt wirkenden Teile. Was im Licht natürlich dann nicht so wirklich gut aussieht. Ebenfalls haben wir an den meisten Teilen kleine Mikro- oder auch größere Kratzer. Was im Gesamtbild auch stört. Die Türen können wir beim Truck aufmachen und auch wieder schließen. Sie sind aber sehr fest und auf jeden Fall nichts für Kinderhände. Hinten auf dem Truck haben wir noch so einen kleinen Stud-Shooter. Den können wir ja mal laden. Und wenn er geladen ist, können wir eben, wie man das gewohnt ist, den Stud abschießen. Das ist aber ähnlich wie beim Mercer oder den bekannten Lego-Stud-Shootern. Das ist auch nicht gefährlich. Also zur Seite mit dem Jeep. Und ich muss sagen, der Jeep war eigentlich ein ganz guter Anfang. Als kleines 4-5 Euro Set würde ich das auch so von Sluban kaufen. Schade sind natürlich die Teile Probleme. Mit der Tüte 5 bauen wir dann den Bunker. Und ja, das ist natürlich sehr einfach konstruiert. Es sind hier keine großen Überraschungen dabei. Aber das ist eben auch so eine Sluban-Stärke. Weil es tut, trotz der sehr einfachen Konstruktion und dem sehr einfachen Bau, auf jeden Fall, was es soll. Und das, was dann hier an Details mit dabei ist, wie eben den MG-Stand und diese angebrachte Tarnung, gefällt mir sehr gut. Auch wenn natürlich dieses fast schon Giftgrün von den Blättern und dieses sehr auffällig reflektierende Innerschlacht-Situation vielleicht nicht das Beste wäre, um sich zu tarnen. Auch schön ist natürlich, dass sie für diese Teile hier flat Silber und keinen Grau genommen haben. Also wie gesagt, der Bunker sehr einfach. Man kann ihn sich selber auch noch ein bisschen ausschmücken, vielleicht mit seinen eigenen Teilen. Aber auf jeden Fall ein Bestandteil, der mir Spaß gebracht hat. Ebenfalls bauen wir mit den Teilen der Tüte 5 noch dieses kleine sowjetische Geschütz. Ich hätte mir da auch ein größeres Kaliber noch gut vorstellen können. Aber hier hat sich Sluban eben für eine kleinere Ausführung eines sowjetischen Geschützes entschieden. Das Geschütz steht einmal auf Reifen. Die Funktion ist logischerweise, dass man ein bisschen zumindest damit hoch und runter zielen kann. Aber auch hier haben diese Stützen genau dasselbe Problem wie die Beine des Flak 40, dass sie eben nur an einer C-Klemm halten. Und wenn man mit dem Geschütz zieht, die Beine eben nicht stützen, sondern sich hier mit einklappen. Aber dafür, dass es ja doch ein recht kleiner Maßstab ist, finde ich hier den Detailgrad auch wieder sehr gut. Mit der Tüte 7 bauen wir dann den Anfang des Flugzeugs. Das blende ich euch auch nochmal ein. Da waren bisher weder super negative, aber auch keine super positiven Eindrücke dabei. Und mit der Tüte 8 bauen wir dann die erste Verkleidung des Flugzeugs. Hier fällt aber leider wieder die negative Teilequalität vom Flugzeug auf, was ich euch mal am fertigen Flugzeug zeige. Und zwar haben wir hier wieder diese stark abgegriffen wirkenden Teile, als wären die schon mal in irgendeiner Spielkiste gewesen. Und auch mit der Tüte 9 wurde dann das Flugzeug nicht ganz fertig. Der erste Flügel ist fertig und montiert, aber der andere Flügel ist wieder nur halbfertig. Ich muss sagen, die Tütensortierung ist hier sowieso teilweise etwas merkwürdig. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Und mit der Tüte 10 haben wir dann das Flugzeug endlich fertiggestellt. Im Wesentlichen ist es baugleich mit der M38B0683, die ich schon mal auf diesem Kanal vorgestellt habe. Nur, dass hier die Farben angepasst wurden. Aber bitte guckt euch diese Review von damals nicht unbedingt an. Von der Bild- und Audioqualität kann man sich das heutzutage nicht mehr antun. Auf jeden Fall nicht schlecht. Es tut, was es soll. Es könnte natürlich detaillierter sein an einigen Punkten. Aber das soll ja eher ein Set sein, was mit den tausend Teilen eine ganze Schlacht darstellt. Und da muss man an der einen oder anderen Stelle vom Detailgrad natürlich ein paar Abzüge machen. Gleicher Kritikpunkt wie damals im Video. Der Propeller dreht sich halt so gut wie nicht. Und diese Reifenvertrappen hinten gefallen mir bei den Flugzeugen eben generell nicht. Trotzdem ist das im Großen und Ganzen echt in Ordnung. Und am Ende dieser Bautüte mit den letzten Flugzeugteilen haben wir aber auch noch Teile übrig, welche zum Panzer gehören. Da blende ich euch wieder ein Foto ein. Dann müssen wir Steine der Tüte 14 nutzen. Und diese Tüte ist so eine Allzwecktüte. Die habe ich bisher der Einfachkeit halber einfach mal weggelassen. Denn in dieser Tüte 14 hatten wir auch unterstützende Steine für die Tüten 1, 3 und 6. Wie gesagt, ist ein bisschen komplizierter an der Stelle. Ebenfalls hatten wir auch schon Steine aus der Tüte 12 im Bauschritt 1. Haben aber dann die Kettenteile aus der Tüte 12 wieder später beim Panzer gebraucht. Auch ist die Sortierung der Tüten ein bisschen merkwürdig. Weil es ist ja eigentlich naheliegend, dass eine Tüte immer ein Fahrzeug fertig baut. Aber hier war es immer so, dass ein Fahrzeug zur Hälfte der Tüte fertig wurde. Ich finde, das hätte man ein bisschen glücklicher und ein bisschen einfacher sortieren können. Aber wie gesagt, die Tüten sind hier halt ein bisschen merkwürdig sortiert. Trotzdem hat der Bau Spaß gemacht. Und mit den Resten der Tüte 10 und ein paar Teilen von der Tüte 14 haben wir dann die Panzerwanne fertig gebaut. Nun kommt auch die Tüte 11 ins Spiel. Denn hier wurden die Laufrollen angebaut und die Wanne wurde mit Plate stabilisiert. Obwohl noch einige Tüte 11 Teile übrig sind, brauchen wir aber nun schon wieder die Tüte 12. Damit wir hier die Ketten zusammenstecken. Aus insgesamt 102 Kettenteilen. Was für nämlich eine sehr sportliche Anzahl für die Panzergröße ist. Und natürlich auch eine Anzahl, die sehr gut dafür geeignet ist, die Teileanzahl am Ende künstlich hoch zu treiben. Aber sei es drum. Wir stecken wie gesagt diese Kettenteile zusammen und montieren sie auch am Panzer. Die kleinen Kettenteile bringen aber leider nichts in dem Fall. Denn sie sind sehr schwergängig und rutschen auch nur über den Boden. Die funktionieren wirklich nur auf Teppich, der sehr viel Reibung bietet. Auf allen anderen Oberflächen kann man das leider vergessen. Aber ein Problem, was man eben von vielen Herstellern kennt. Und wenn ihr von der Verwendung der Tüten noch nicht wirklich verwirrt seid, dann bestimmt jetzt. Denn jetzt bauen wir nach der Tüte 12 wieder mit Teilen der Tüte 11 weiter. Und am Ende dieser Steinchen haben wir schon einige Teile der Fahrerkabine und des restlichen Aufbaus fertiggestellt. Und nun kamen noch die Tüte 13 und restliche Teile aus der Tüte 14. Und damit haben wir den Panzer fertig gebaut. Und man muss sagen, das ist unter den Fahrzeugen auf jeden Fall das Beste. Einmal ist es sehr, sehr stabil. Also hier fällt nichts ab. Und erinnert vom Aufbau schon so ein bisschen an einen Kobi-Panzer. Auch wenn hier natürlich nichts kopiert ist. Vom Aussehen finde ich ihn auch auf jeden Fall sehr gelungen. Und er hat auch wenigstens ein paar kleine Funktionen. Wie gesagt, die Ketten lassen sich drehen, aber mehr schlecht als recht. Aber man kann einmal das Rohr natürlich nach oben und unten bewegen. Wenn auch relativ eingeschränkt vom Radius. Man kann hier hinten die Klappen öffnen. Und man kann auch diese Luke hier öffnen. Und rein theoretisch einen Fahrer in die Kabine stellen. Leider nur stellen, nicht setzen, denn dafür ist kein Platz. Wie gesagt, auf jeden Fall ein Highlight dieses Sets. Und jetzt lasst uns doch gleich mal noch über die Figuren reden. Ich habe euch mal eine Auswahl hier raufgestellt. Die restlichen drei zeige ich euch gleich nochmal einzeln. An und für sich ähneln sich die Figuren von der Ausrüstung eigentlich sehr stark. Da ist nicht sehr viel Besonderes dabei. Außer, dass halt die einen mal einen Munitionsgürtel haben, die anderen einen normalen Gürtel. Und er eben zum Beispiel einen Fliegerhelm. Die Drucke sind immer auf der Brust. Die Beine sind nicht bedruckt. Und bei allen Figuren ist ebenfalls der Rücken nicht bedruckt. Damit sind es natürlich nicht die hochwertigsten Sammlerfiguren. Aber für so ein Diorama reichen die auf jeden Fall. Und man macht hier natürlich sehr viel Masse. Da wir nicht nur diese sechs Figuren haben, sondern noch drei weitere. Und damit am Ende auf neun Figuren kommen. Und auch bei den drei weiteren Figuren gibt es keine Überraschungen. Brust bedruckt, Rücken nicht. Und alle sind voll ausgerüstet. Jetzt kommt auch wieder ein Kritikpunkt. Wir haben diese ganze Armee an Figuren. Und die haben alle super Ausrüstungen, zumindest am Körper. Wir haben aber letztendlich hier nur einen winzig kleinen Angussrahmen, in dem wir Waffen herausdrehen können. Und das sind insgesamt vier Waffen. Darunter zwei Luger, ein Gewehr und ein Scharfschützengewehr. Das ist natürlich für so eine Armada an Figuren relativ wenig. Also wir sehen, wir haben hier sehr viele Elemente, um eben eine ganze Schlacht nachzuspielen. Und das ist dieses Konzept dieser Schlacht-Sets. Es gibt ja auch noch die Schlacht von Stalingrad als Set von Sluban. Und das verfolgt ein ähnliches Konzept. Und natürlich sind alle Fahrzeuge hier für sich einzeln keine super tollen Sets. Und nichts, was man in den Himmel loben würde. Aber es ist auch keines von diesen Fahrzeugen oder Geschützen dabei, bei dem ich wirklich gesagt hätte, das ist absoluter Quatsch und das braucht niemand. Und gerade um sich sein kleines eigenes Diorama von dieser Schlacht zu bauen, ist das ein super Starter-Kit. Und wenn man es sich vielleicht ein oder zwei oder dreimal kauft, dann macht man damit richtig Meter. Jetzt kommen wir nur zum Haken, was das Ganze etwas schlechter macht. Denn um es sich ein oder zwei oder dreimal zu kaufen, ist es mir schlichtweg zu teuer. Ich selbst habe dafür einen sehr guten Preis auf Ebay bezahlt. Aber das auch letztendlich von einem privaten Verkäufer, wie er das in der Haul gesehen hat, der es halt los haben wollte. Trotzdem original verpackt und völlig neu. Sonst bekommt man das Set nicht unter 50 oder 60 Euro. Außer man bekommt eben einen guten Rabatt und einen guten Deal. Und nur dann würde ich es euch empfehlen. Denn als das, was hier steht und liegt, würde ich euch das Ganze für 50 bis 60 Euro auf jeden Fall nicht empfehlen. Und bei manchen Verkäufern geht das ja bis 70 Euro hoch und da erst recht nicht. Wenn ihr es aber für 35 bis 40 Euro bekommt, dann werdet ihr damit auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Und wir dürfen bei dem ganzen Anblick hier nicht vergessen, es ist auch noch dieses kleine Flugzeug dabei. Und mich hat das Set dementsprechend auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich habe wie gesagt aber auch einen guten Preis dafür bezahlt. Ihr könnt dieses Set übrigens auch aus China importieren, wo ihr immer bei ungefähr 40 Euro landet. Und dann ist das Ganze, wie gesagt, empfehlenswert. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren und ihr helft der Clemmerstein Community im Allgemeinen damit sehr weiter. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Weddybrick. Wie geht es heute? Nicht. Wagner. Wie geht es eben? Nicht.